Okay, Thomas ist der Meinung... Was bedeuten wir Bäume? Moment mal. Was bedeuten dir die Bäume? Was bedeuten mir die Bäume? Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne aus sich zu stoßen? Rechts sind Bäume, links sind Bäume, unter Zwischen, Zwischenräume. Ich finde es schön, die Bäume. Ohne Bäume kann man nicht leben. Weil sie die Luft sauber machen. Was könnten das für Bäume sein, wo die großen Lobbyisten aus ihren Gängen, ohne aus sich zu stoßen? Rechts sind Fronten, links sind Fronten, unter Zwischen, dicke Konten. Luft leben! Bäume sind sehr wichtig für die Menschheit. Sehr wichtig. Bäume allgemein, Leben. Sauerstoff. O2, alles. Ja, Lebensfluss, denke ich. Es ist essentiell, dass die Bäume da sind für uns. Na ja, solange es Bäume gibt, sind wir irgendwie der Natur noch nahe. Wenn es keine Bäume mehr gibt, dann haben wir uns komplett entfremdet. Wenn mir die Bäume weggenommen werden, dann sterbe ich. Sie sagen, auf geht's, auf geht's, seht mal alle her. Wir bauen euch ein Tempel, wenn ihr brav seid, noch viel mehr. Mit lauter, tollen Dingen, wie Flatrate und so. Also freut euch und zieht nicht, seid glücklich und froh. Auf geht's, auf geht's, hört mal alle her. Ihr könnt hier was erleben und wer mitseht, hat's nicht weg. Sase bis zum Umfang, zum Happy Hour Preis. Also ab auf die Jammern und vergesst den ganzen Scheiß. Wenn mir morgen jemand die Bäume wegnehmen würde, dann würde ich die Bäume festhalten und schreien und kämpfen. Wenn jetzt jemand die Bäume wegnehmen würde, ich würde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, sie wieder herzuholen oder neue Bäume pflanzen zu lassen. Würde ich dagegen vorgehen und, ähm, ähm, ja, dagegen demonstrieren. Oder dem aus dem Maul hauen. Wenn wir still rumstehen, uns dabei selbst zu sehen, Dann nutzen die die Chance, den nukrativen Weg zu gehen. Während wir still rumstehen, uns dabei selbst zu sehen, Dann nutzen die die Chance, den nukrativen Weg zu gehen. Ich mein, Menschenrechte braucht doch keiner. Umweltschutz ist was für Eiler. Klimawandel nie gehört. Ein Blender ist Hörler, Waschwerfer. Hungern muss hier keiner mehr. Und wir brauchen unsere Bundeswehr. Halt das Armut weg damit, denn wichtig ist, wir bleiben fit. Es ist nicht gut zu warten, es ist nicht gut zu warten, es ist nicht gut zu warten. Wir haben schon viel zu lang gewartet, es ist nicht gut zu warten. Es ist nicht gut zu warten, es ist nicht gut zu warten. Wir haben schon viel zu lang gewartet. Thomas, guck mal Bäume und Bichler.